Das Ziel ist Strom zu erzeugen. Hier ist ein Generator dran und da ist ein Seil und der macht jetzt Strom. Hoffentlich. Mal schauen. Ja, sie tut das. Sie müssen sich das vorstellen, wie quasi das entspricht den Flügeln eines Windrades. Nur halt, dass der Turm und ja, also alles andere eingespart wird quasi. Dankeschön. Ja. 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 Das ist ja hammergeil. Das schwingt noch ein bisschen, aber sonst ist es perfekt. Das macht hier die ganze Zeit Strom. Ja. Jawoll. Hier. Hau Eis. Schlag ein. Boah. Ha. 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 Tu, der geht hoch? Ja. Der macht doch Strom die ganze Zeit. Das ist das. Ha. 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 Und dann stellen wir das noch ein bisschen runter und dann sind wir fertig. Ah, das war jetzt von dem Absicht. Oh, scheiße. What the fuck? Okay, das Seil kommt irgendwie nicht so richtig hinterher, ne? Ja. Oder die Bremse muss noch größer sein, keine Ahnung. Er hat ja gerade gar nicht gebremst. Ach so, der Bremsbremse. Ach so, ja das stimmt, das wollten wir ja nicht. Ja richtig, das haben wir ja absichtlich ausgemacht. Das können wir natürlich auch noch wieder einstellen, dass der ein bisschen bremst. Obwohl, wollen wir ja nicht, weil er soll ja auch zurückkommen, ne? Ja stimmt. Ja, ja, ne, ne, ne. Wenn er eventuell ein bisschen flacher zurückkommt. Ja vielleicht, ja. Ist dann halt auch wieder eine Einstellungssache wahrscheinlich. Bei viel Wind, genau, soll er flacher? Äh, obwohl, ne, ne, weiß ich nicht. Schwierig. Ja, kann man mal einstellen. Erstmal. Genau. Ist schon ein bisschen hier so, ähm, das Seil, man sieht schon ein bisschen, es gibt so ein bisschen Gewürgen. Ein bisschen hinterher so, ne? Das ist schon ein ordentlich Luftwiderstand da an dem Seil. Und das, äh, scheint ihn aber nicht zu stören in seiner Steuerung. Also, es geht. Ja. Weil da, da oben ist es ja dann doch kein Stunt wahrscheinlich, ne? An ihm dran setzt. Ja, das ist ja der Hammer, der fliegt einfach. Fliegt ja einfach. Ja. Ich filme hier die ganze Zeit, um das zu dokumentieren, dass er, äh, die ganze Zeit fliegt. Ja. 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 So, fertig, ne? Ja. Und ab. Sind wir reich. Nein. Aber, das sieht gut aus. Krass. Heilige Scheiße. Okay, jetzt ist das Volk. Ja. Es läuft wie geschehen. Ein bisschen schräg. Will er jetzt noch wieder anfangen, oder? Was macht er jetzt?